So, Alter, down. Wie viele Herzen hast du? Äh, zweieinhalb. Hey Leute, was geht? Bis zum nächsten Mal. Wir pitteln mit einer neuen Folge Minecraft Bad Wars. Und mit dabei ist der liebe Justin aka Pixel Wolf. Yo, was geht? Wir spielen heute ein Bad Wars 1 vs. 1 auf der App des Prado. Ja, du musst also hinten, rechts neben dem Haus hast du jetzt so ein Gatter, das bohnt dein Eisen. Ja, das ist nicht, dass du dich irgendwo hinbauen musst. Und direkt in der Mitte ist dein Gold. Wie, rechts neben meinem Haus? Ja, ja, rechts. Ach, da, ich seh's, ja, ich seh's, okay. Das ist mein erstes Mal übrigens, also, dass ich das spiele. Deswegen bin ich noch ein wenig nubig, aber alles ist gut. Passt schon. Und dein Bett ist hier oben auf so einer Plattform, wenn du ins Haus reingehst. Okay, alles klar. Dankeschön fürs... Ah, ich seh's. Das einführen, okay. Ja, ist halt assi, wenn du das nicht weißt, finde ich. Ja, wenn ich das nicht weißt, wäre assi. Okay. So, in der Mitte ist trotzdem immer ganz normal Gold, ne? Genau, richtig. Alles klar, okay. Ja, Leute, wenn ihr das auf meinem Kanal noch nicht gesehen habt, also für die, da gibt's hier auch diesen Teleporter. Ja, Digga, der ist überall, das gehört halt dazu. Und zwar ist, baut man sich ja hier nochmal zur Mitte und aber hinter unseren, also bei Peterle dahinter und bei mir hinter meinem Haus ist noch so ein Teleporter, das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Enderperle, wo ihr euch einfach immer, ja halt, wie so ein magischer Brunnen oder ihr springt da rein, kommt auf der anderen Seite wieder raus. Ist ganz lustig. Genau, also es ist halt mega nice, weil es ist auch mal was anderes, weil da muss man gleichzeitig hinten aufpassen und vorne. Jo. Ja, das macht das Spiel halt echt spannender, wo man beim ersten Mal den Teleporter hört, wenn er aktiviert wird. Ja, genau, beim zweiten Mal dann nicht mehr. Yes. Okay. Genauso ist es. Durchset und nicht anders, okay. Ähm, na Peter, äh, wie läuft's bei dir grad so? Gut, warum? Ach, äh, ich frag nur so. Übrigens best auf, äh, One nicht irgendwie, aber ist anders. Ja. So. Ah, der sneakt da, Alter. Du sneaks, ja, ich, nein, oh nein. G, zu dem G, zu dem G, Alter. Das ist das Dümmste, was ich je in meinem Leben getan habe, Alter. Okay, ähm. Toll, Alter. Kommst du? Ich dachte grad, du kommst, Alter. Okay. Ja, Mann, das war richtig dumm, Alter. Sechs Gold einfach und dann fall ich einfach runter wie so ein Dummer, ey. Richtiger Boy bist du. Richtig der Boy, okay. Okay. Passiert, äh, selbst, äh, den Besten ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So. Mal, lassen wir uns aber nicht, äh, einschüchten. Aber das ist ja richtig behindert, Alter. Hier spawnt das Gold. Der braucht einfach eine Stunde, um zu spawnen, Mann. Ja, das hab ich so eingestellt. Ja, genau. Richtiger Hacker, Alter. Lach ich, oder? Richtiger Hacker. Richtige Scheiße, Mann. Ja. Machst du nix. Du musst halt leben, wenn du mit mir spielst. Ich hab da einige Connections, äh, zum Bergwerkserver. Ah, okay, die hast du ja spielen lassen, oder wie? Richtig, ja, ja, genau. Richtiger Jimmy. Ganz gut, sag ich mal, ausgerüstet. Und, äh, dann ab in die Mitte. Bist du da immer noch? Ja. Oh, Peter. Dass es gut enden wird. Man nennt mich Overpowered Boy. Ja, wahrscheinlich bist du noch in der Mitte. Einen Bogen kostet auch, äh, drei, ne? Ne, 16. Du musst halt bedenken, dass du, ne, aber du musst halt bedenken, dass du, äh, wie heißt es? Dass du die Pfeile auskaufen musst, ne? Ja, aber doch nicht 16 Gold, hä? Ja, 16. Ja, wie, du hast 16 Gold? Ne, du meinst, so, Einen Bogen kostet drei, ne? Du so, ne, 16. Ach so, ja. Ich fahre, Brain-Avcar, weiß ja doch nicht. Äh, hä? Okay. Ja, ja, äh, hat alles. Äh, super funktioniert. Oh, Alter, das gibt es nicht, Mann. What's going on? Ja, du, Junge, richtiger Jimmy. Ja, ich höre. Du nimmst dir das ganze Gold einfach immer und Snacks und Snacks und Snacks. So wie es halt immer macht. Also, wie sich das, wie sich das gehört. Wie sich das für so einen Laufball gehört wie dich. Ja, so läuft der Hase auf jeden Fall in die richtige Richtung. Jimmy. Oh, mein Lieber. Ich bin hier in der Mitte gecampt, wie sich das, äh, für einen wahren Bad-Wass-Up-Fucker gehört. Nein, Spaß. Ich bin natürlich ein netter Boy. Richtiger netter Boy bist du. Weil das, äh, jetzt, jetzt kommt natürlich Spannung auf, ja? Ja. Ist das so? Weil ich mich zum Teleporter baue. Okay, ich seh's. Nein! Ja, Mann! Ja, ja, Speed, Alter, Speed, 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 Speed. Oh, hab ich gar nicht gesehen, Alter. Egal. I don't care, because, ähm, ich mach das same. So, dann ist es jetzt natürlich ganz andere Verhältnisse hier. Oh, bin ich dumm, Alter, wie so ein Brot. Menschenskinner. Du bist gestorben? Nein. Ich dachte, das wär lustig. Das wär echt lustig. So, Peter. Wie ist die Lage? Tier, Tier, Tier. Die Lage ist hier. Okay. Dann würde ich mal deine, äh, deine Stelle mal schnell in die Mitte sausen. Damit man hier noch eine Chance gegen den Bogen-Pro hat. Den Alperkampen. Guck mal der, Alter, guck mal der. Ja. Ja. Ich hab grad richtig Angst, weißt du das? War mir oder so? Oh, Mann, Alter, richtiger Abfucker-Boy. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde dranhängen. GG. GG. Du kleiner Abfucker. Okay. So, Leute, da sind wir schon wieder auf der Map. Tempel, die ich zum Beispiel kaum gespielt habe. Ich hab die noch nie gespielt. So, so ist das hier. Okay. Geht ganz klassisch los, ne? Gibt's hier, äh, Eisen auf der Insel, oder? Nee, Eisen ist hier links in der Ecke. In der Ecke? Also, auf der anderen Seite vom, von, äh, von der Home-Town. Ja, so ungefähr. Alles klar, okay. Ja, sieht, äh, also, das ist relativ übersichtlich, die Map, ne? Um das mal, äh, schlicht zu sagen. Das stimmt allerdings. Aber. Ist aber auch nicht schlecht. Wir werden jetzt mal gucken, wie der Abfucker jetzt reagiert. Der Abfucker? Okay. Der Abfucker 9000. Von mir erfunden worden. Auch Pixel wurden gelandet. Jaja. Wir werden sehen. Okay. Jetzt kommt bestimmt, oh, 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 Teleporter hier, Teleporter da. Aber, äh, nicht mit mir, mein Lieber. Nee. Nee, leider nicht. Doch! Alter, bam. Oh, man, Alter. Locker One-Hit. Richtiger Ehrenmann. Ja, genau. Ich hatte gerade 31 Blöcke, Alter. Passend zu dir. So. 31er. Aber davon lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. Du bist ein richtiger 31er. Ja. Wir sind der Knopf. So. Versorgt. Versorgt. Ja, ich passe auf. Auf was, bitte? Dass du ein 31er bist. Nee, 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 nee. So nicht. Wir hatten hier schön, äh, holen, was mir zusteht, nämlich. Wie viel Gold hast du geholt? Money, boy. Swag. Wie viel Gold hast du gegönnt? Genug, Alter, genug. Ja, okay. Wenn du auf die Tour möchtest, äh, können wir gerne machen. So, pass auf jetzt, pass auf. So, ob das reicht? I don't know. And I don't care. Oh. Geiler Tief. Okay. Zack, zack. Braucht man nicht, braucht man nicht. Braucht man auch nicht rein. Hi. Na? Staff. Alles gut? I don't care. Also, ich kehre nicht. So, dann gehst du mal zurück, dann hole ich mir auch den Bogen und, äh, dann sind wir wieder auf dem gleichen Niveau. So, zack. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass du irgendwie, dass du kommst. Ja, ich seh's gerade. Hey, der ist noch nicht auf dem Weg. Ich bin, äh, konzentriert. Nee, nee, komm, Peter. So nicht. Komm, so nicht, mein Freund, Alter. Was? Putz. Oh. Bis tot, oder? Bitte? Down. Ja, das war One-Hit, Digga. Wie er übertreibt mit seinem Bogen. Hacks, Alter. Hacks. Ja, super. Richtig fair. Jetzt kann ich wieder in die Mitte latschen, Alter. Aber ich hab noch Rüstung. So. Du spielst so einen richtigen Pixelwolf. Hääää. Hm, hm, hm. Wir werden noch sehen, äh, wer zuletzt lacht, ne? Häää. Was? Du hast mich gar nicht gekillt. Wie? Ich dachte, du wärst tot gewesen. Häää. Ähm. Hast du echt geglaubt, oder, äh? Nein, natürlich nicht, du Dummbatz. Ich dachte, schade. Jetzt wär ich so ein richtiger Dummkopf. Häää. Ja, wer weiß. Wer weiß, okay. Halt's Maul, Alter. Er hat hier vielleicht zugetraut. No offense. Okay. Ähm. Wie machen wir dat, Leute? Junge, jetzt würd ich sagen, Ease, Alter. Ease. Ach, hat der sich jetzt in Enderperle gegettet, weil der in der Mitte gecampt hat, oder was? Ease, Alter, Ease. Ich bin hier gut, äh, am Start. Kann ruhig kommen, wer will. So. Was für schlechte Zeiten hier. Oh. Gibt's hier eigentlich auch so Schafe? Nee. Okay. So, Alter, down. Wie viele Herzen hast du? Äh, zweieinhalb. Oh, fuck, Alter. Ich hätte in die eine Kommo vielleicht noch was rausholen können, oder so. Kade. Sie. Ich dachte erst, du hast mich nicht gesehen, oder so. Doch, doch, ich hab dich gesehen. Ich dachte, du siehst mich nicht, weil ich gesneakt bin. Ja, doch, hab ich auch. So, was willst du tun, Alter? Kommst du, oder, ähm? Ich hab Angst vor dir. Was muss ich warten? Ich hab Angst. Ja, weil ich auch einen Bogen hab. Ich hab Angst vor dir. Du hast einen dicken Bogen, Alter. Du machst den Upfucker Move 9000. Ja, mach ich auch. Aber dafür musst du erst mal kommen. So, geht's weiter, oder? Nein. Guck mal, Alter. Ah, jetzt macht er den hier, oder was? Oh, Mann. Nee, nee. Nicht mit mir. Shit, shit, shit. Jetzt, jetzt, jetzt. Äh, kritisch, Alter. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Wer die Nerven behält hier. Ja. Alter, es war so richtig dumm vor mir. Oh, Mann, der Upfucker 9000. Es war so richtig dumm vor mir, Alter. Das kotzt mich immer wieder an. Wie dumm ich eigentlich bin. Nice one, okay. Ich hätte einen Bogen, ich hätte locker gewinnen können. Ja, hätte, hätte. Oh, Mann. Ist natürlich auch eine der bekanntesten Fahrradketten, ne? So. So. Jetzt geht's, äh, Richtung Peter Lerhausen. Oh, no. Hallo. Hi. Oh, Gott. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm für dieses Spiel. Ich bin so dumm für dieses Spiel. Ja, 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 ja. Oh, warum drück ich, warum schlage ich denn nicht zu? Was ist denn los mit mir, Alter? Fuck, Alter. Lutsch meinen Schwanz. Lutsch meinen Schwanz. Los. Lutsch ihn. Du willst ihn jetzt noch runterschlagen oder so. Ich will, dass du mir ihn lutscht, Alter. Weil ich so dumm bin. Ich bin so fucking dumm. G, Alter. Oh, Mann, Alter. Ich bin so schlecht, ey. In den ersten beiden Runden, dafür kann man auch mal schon Props da lassen. Oh, Alter. Ja, Leute. Das war Minecraft Badwars Duel. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Dann schaut auf den Videobeschreibungen mal bei... Jo, schaut, wenn ihr seine Sicht sehen wollt, beim Peter vorbei. Ich bin so dumm. Ich mach mich so traurig, Alter. Das ist wie der Varro-Tod. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschau.